Was denkst du denn, was ich so für Kosten beim Schlachten, nur beim Schlachten habe? Ich schätze mal so 300 Euro vielleicht. Also gesamt ist es so, dass die Schlachtung 350 kostet und dann hast du halt noch das Zerlegen. Da wird dann einfach die einzelnen Hälften wieder in die gesamten Stücke, so wie man es kaufen kann, zerteilt. Und das kostet nochmal um die 150 Euro, je nach Aufwand.